Du weißt ja auch viel über die Seiten spielen, viel mit hohen Bällen, Flanken etc. Du musst das vielleicht auch ein bisschen näher uns auch verdeutlicht. Ich versuch's ehrlich zu zeigen, was sie machen gegen dieses 5-4-1 der Iraner. Ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert. Oh je, oh je. Du willst es schon vorher sagen, um Gottes Willen.